Wir haben uns angeschaut, was wir denn überhaupt sehen, bevor wir unsere Augen bewegen. Und zwar ganz besonders, was wir in unserem Blickzentrum wahrnehmen, bevor wir die Augen bewegen. Und was wir gefunden haben zum ersten Mal, ist, dass wir tatsächlich vorhersagen können, worauf wir unsere Augen gleich richten werden. Und dass wir das schon vor der Augenbewegung im Zentrum unseres Sichtfeldes sehen können. Also, dass wir ein kleines bisschen in die Zukunft schauen können, wann auch immer wir die Augen bewegen. Also es war einmal, dass unsere Versuchspersonen besser darin wurden, einen Reiz in ihrem Blickzentrum zu entdecken, wenn er genauso aussah wie das Ziel ihrer Augenbewegung. Wir haben auch gefunden, dass das nicht klappt, wenn die Versuchsperson nur fixiert, also die Augen nicht bewegt. Und wir haben auch gefunden, dass es räumlich spezifisch ist. Also, dass wir nur in unserem Blickzentrum Vorhersagen treffen können, aber nicht beispielsweise irgendwo anders in unserem visuellen Feld. Für mich hat es einfach bedeutet, dass ich in einem Labor arbeiten kann, das alles hat, was ich mir nur vorstellen kann. Also Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die irgendwann mal ausprobieren möchte. Und Kameras oder Labor-Setups, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie irgendwann brauchen werde, waren einfach da. Und ich konnte frei kreativ überlegen, was ich damit machen möchte. Also es war einfach unglaublich privilegiert in einer gewissen Art und Weise, dass das alles mir zur Verfügung stand und ich damit arbeiten konnte. Also ich bin erstmal noch hier als Postdoc im gleichen Labor. Ich gehe jetzt Anfang März ans Max-Planck-Institut nach München, um an Fruchtfliegen zu forschen. Und währenddessen möchte ich dann einen Antrag auf meine eigene Forschung schreiben und dann vielleicht in die USA gehen, wenn das klappt. Also mittlerweile bin ich noch hier, aber nur noch zwei Wochen und dann bin ich erstmal in München. Ich möchte tatsächlich genau dabei bleiben, weil ich glaube, man hat doch bei den Fragen gemerkt, es gibt dann so viele Sachen, bei denen man noch wissen möchte, wie sie funktionieren und bei denen man noch genauer verstehen könnte, was passiert. Und ich möchte das alles gerne erforschen und ich glaube, ich habe etwas gefunden, was ich sehr, sehr spannend finde und würde das gerne vielleicht auch noch auf noch kleinerer, räumlicher Skala erforschen oder vielleicht dann auch in Tiermodellen oder was auch immer dann relevant wird. Also ich möchte dabei bleiben, ist die kurze Antwort.